Es waren einmal Zwillinge, die glichen sich äußerlich wie ein Ei dem anderen. Ansonsten waren sie aber vollkommen verschieden. Wenn es dem einen zu heiß war, war es dem anderen zu kalt. Wenn der eine sagte, die Musik ist zu laut, wollte der andere die Musik noch lauter. Und der auffälligste Unterschied zwischen den beiden war der, dass der eine von ihnen zu jeder Stunde optimistisch und zuversichtlich war, während sich der andere immer schlecht gelaunt und pessimistisch gab. Als sie nun eines Tages Geburtstag hatten, wagte der Vater der Zwillinge ein Experiment. Er wartete am Vorabend des Geburtstags so lange, bis seine Söhne eingeschnafen waren und machte sich dann heimlich ans Werk. Er füllte das Zimmer des Pessimisten bis unter die Decke voll mit den schönsten Geschenken. Spielzeug, Sportgeräte, technische Geräte und vieles mehr. Dem Optimisten aber legte er nur einen stinkenden Haufen Pferdeäpfel ins Zimmer, sonst nichts. Nun war er gespannt, was passieren würde. Am nächsten Morgen schaute der Vater zuerst ins Zimmer des Pessimisten. Er fand ihn lautklagend am Boden sitzen, inmitten der ganzen wundervollen Geschenke. Warum weinst du denn? fragte der Vater. Erstens, weil meine Freunde neidisch sein werden. Zweitens, weil ich die ganzen Gebrauchsanleitungen lesen muss, bevor ich mit den Geschenken etwas anfangen kann. Drittens, weil ich für die meisten dieser Spielsachen ständig neue Batterien brauchen werde. Und viertens, weil im Laufe der Zeit bestimmt ein paar von den Spielsachen kaputt gehen werden. Der Vater seufzte und ging in das Zimmer des optimistischen Zwillings. Dieser hüpfte vor Freude um die Pferdeäpfel herum. Warum bist du denn so fröhlich? fragte der Vater. Ganz einfach, weil irgendwo im Haus ein Pony versteckt sein muss. Herzlich willkommen zurück in der neuen Folge von Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Da ich festgestellt habe, dass es ganz schön viele Irrtümer und Vorurteile über Meditation gibt, widme ich ihr heute diese Übersichtsfolge. Du erfährst von mir, was denn Meditation eigentlich ist, warum wir hier in der westlichen Welt ein großes Problem haben, diese umzusetzen. Außerdem habe ich zehn Vorteile für dich, die dir Meditieren bringt. Ein paar Fun Facts, damit es nicht so langweilig wird zum Thema Meditation. Und am Ende erfährst du von mir auch, welche sechs Formen wir heute nutzen, sodass du schlussendlich für dich selber herausfinden und entscheiden kannst, welche von denen für dich am hilfreichsten und am angenehmsten sein wird. Zuerst einmal jedoch, was ist denn Meditation überhaupt? Auf einer meiner Indienreisen hatte ich Besuch von meinem Bruder bekommen. Wir weilten in Omkareshwa auf der heiligen Insel, von der ich dir schon berichtet hatte in einer der Sommerpausenfolgen, in denen es um Mangla und ihre Geschichte ging. Omkareshwa, die heilige Insel, voll von Tempeln und Klöstern und natürlich von München. Mein Bruder war zu Besuch und ich wollte ihm die Insel zeigen. Also gingen wir ein bisschen spazieren, kurz bevor die Mittagshitze die ganze Insel in Stille und Staub legen würde. Wir wollten eigentlich schon fast zu unserem Lager zurückkehren. Da trafen wir einen jungen Mönch in Ausbildung, der eine ziemlich beeindruckende Erscheinung war, denn er war so ausgeglichen und er strahlte irgendwie so, ja, so eine Energie aus und lud uns ein, ihn in sein Kloster zur Mittagsmeditation zu begleiten. Naja, und da wir natürlich sehr höfliche Menschen sind und mein Bruder auch wissen wollte, wie es in so einem Kloster aussieht, wie die da so leben und so, entschieden wir uns, seine Einladung anzunehmen. Im Kloster angekommen, wurden wir von vielen, vielen Mönchen in Ausbildung in weißen Baumwollkuten empfangen und von ihrem Meister direkt eingeladen, an einer Sitzmeditation teilzunehmen. Naja, und das taten wir dann auch. Wir setzten uns hin, im Schneidersitz, so wie alle anderen, und fingen an, den Gesängen zu lauschen, die diese Mönche wahrscheinlich schon über Wochen und Monate in diesem Kloster in ihrer Ausbildung einstudiert hatten. Das war ziemlich angenehm, sehr, sehr spannend und naja, nach circa 20 Minuten, die wir da so bewegungslos und stark konzentriert saßen, begann mein Körper auch nach und nach überall zu schmerzen. Ich versuchte noch weiter, mich zu konzentrieren, musste aber nach, naja, wahrscheinlich fünf Minuten, die dann nochmal vergangen waren, endgültig aufgeben, weil mein Rücken so geschmerzt hat. Ich fing an zu blinzeln und schaute zu meinem Bruder rüber und entdeckte, dass der im Prinzip das gleiche Problem hatte wie ich. Er war hungrig, ihm tat alles weh vom 20-minütigen Sitzen in der gleichen Pose. Aber naja, wir wollten natürlich auch nicht einfach aufstehen und gehen, das wäre ja super unhöflich gewesen. Zu unserem Glück war diese Meditation nach circa einer halben Stunde vorbei. Wir versuchten, keine Miene zu verziehen, bedankten uns dafür, dass wir daran teilhaben durften, wünschten den Mönchen und ihrem Meister alles Gute und stahlen uns langsam und vorsichtig aus dem Kloster. Stöhnend und uns den Rücken haltend machten wir uns zurück auf den Weg in unser Lager. Diese Geschichte erklärt eigentlich schon, warum Meditation in unserem westlichen Alltag eigentlich nicht so richtig viel Platz hat. Erstens ist Meditation etwas, was zumindest in seiner ursprünglichen Form zur Erleuchtung gedacht ist. Normalerweise gehen Mönche in Tibet oder in Indien oder in den Ländern, in denen Meditation ein Teil des Alltags ist. Eben genau deswegen ins Kloster. Um sich abzuriegeln von den Einflüssen des herkömmlichen Lebens, um wenig Ablenkung zu haben, um sich ganz auf sich zu konzentrieren und um viele, viele Stunden die Heiligen Schriften zu studieren, um rauszufinden, woher das Universum kommt und warum wir alle hier sind, was Karma bedeutet und so weiter und so fort. Und dann eben auch mehrmals täglich für sehr, sehr lange Zeit diese Meditationshaltung einzunehmen und in sich zu gehen. Während Sie da so sitzen und genau die gleichen Schmerzen und Pein ertragen müssen, wie mein Bruder und ich, nutzen Sie diese, um zu lernen, sich darüber hinweg zu meditieren. Also sprich, Sie lernen Gefühle, sowohl emotional als auch körperliche Gefühle, wie zum Beispiel Schmerzen oder Hunger oder so, auszuhalten und loszulassen und sich im Prinzip in Ihrem Empfinden und in Ihrem Dasein und in Ihrer guten Laune unabhängig zu machen von den weltlichen Dingen. Das erfordert eine Menge Zeit, das erfordert diesen Aufenthalt im Kloster, weil das mit den Eindrücken, die uns jeden Tag umgeben und den Verpflichtungen, die wir haben, auch nicht wirklich vereinbar ist. Und deswegen glaube ich, dass es auch sehr schlüssig ist, wenn ich dir jetzt sage, dass also die Originalform der Meditation definitiv nicht das ist, was wir meinen, wenn wir heute in der westlichen Welt darüber sprechen, dass wir meditieren und dass es auch nicht das ist, wozu ich dich mit der heutigen Folge auffordern möchte. Ich möchte mir viel mehr mit dir angucken, was denn eigentlich unsere westliche Welt darunter versteht und inwiefern dir diese moderne Form der Meditation weiterhelfen kann. Genau wie in der ursprünglichen Form der Meditation, so wie sie eben heute noch in asiatischen Ländern zum Beispiel gelebt wird, wollen wir auch, wenn wir im Westen sagen, dass wir meditieren, uns auf das Wesentliche besinnen. Wir wollen uns sammeln, wir wollen uns auf uns konzentrieren und wir wollen mit dieser Technik erreichen, dass unsere allgemeine Konzentrationsfähigkeit, aber auch die Fähigkeit, sich willentlich und bewusst von unserem Umfeld oder von Störfaktoren wie zum Beispiel Lärm oder stresshafte Arbeit abzugrenzen, steigt. Das ist etwas, was uns hilft, besser einzuschlafen, besser abzuschalten und uns auf die Ziele in unserem Leben auszurichten. Was die westliche Welt definitiv nicht unter dieser herkömmlichen Meditation versteht, sind eben diese, ich sage mal, diese sehr harten Aspekte, die die Meditation und das Leben im Kloster und der Weg zur Erleuchtung mit sich bringt, nämlich zum Beispiel auch zu fasten und allen weltlichen Freuden und Gelüsten zu entsagen. Die zehn großen Vorteile, die Meditation, so wie wir sie hier in der westlichen Welt verstehen und praktizieren, für dich hat, wenn du ihr regelmäßig nachkommst, sind folgende. Erstens, regelmäßiges Meditieren, zum Beispiel morgens in der Zeit, die du für dich nimmst, bevor du deinen Tag anfängst oder abends in der Zeit, die du dann für dich nimmst, bevor du deinen Tag abschließt und ruhig ins Bett gehst, kann deine Konzentrationsfähigkeit allgemein bis um das Fünffache steigern. Zweitens steigt dadurch auch deine Fähigkeit zur Fokussierung zum Beispiel auf große Ziele, die du in deinem Leben und deinem Alltag hast. Der dritte Vorteil ist, dass Meditation dein Stresslevel enorm senkt. Das tut es zum einen, wenn du meditierst und gestresst warst vorher. Es senkt aber auch dein Stresslevel insgesamt und sorgt dadurch dafür, dass wenn du das nächste Mal in eine Stresssituation kommst, du auch ein bisschen weniger anfällig bist und ein bisschen länger die Geduld und die gute Laune bewahren kannst, sozusagen. Wenn du zu Ängsten oder Wutausbrüchen neigst, ist Meditation genau dein Ding. Denn auch die Neigung, sich von Ängsten ich sag mal infizieren zu lassen oder dass dir der Kragen öfter und heftiger platzt, als es gewollt ist, reduziert sich enorm dadurch, dass eben dein Stresslevel auch von vornherein gesenkt wird. Fünftens ist es inzwischen sogar erwiesen, dass die Rückfallquote bei Menschen, die unter Depressionen leiden, stark vermindert ist, wenn sie regelmäßig meditieren. Und genau wie deine Psyche wird sechstens auch dein Immunsystem gestärkt. Das ist auch ganz logisch, denn wenn das Stresslevel sinkt, dann hast du auch nicht so viele Botenstoffe im Körper, die dein Immunsystem stressen oder extrem hoch beziehungsweise extrem runter regulieren. Meditation sorgt für eine seelische Stabilität und sorgt deswegen auch für eine körperliche Stabilität beziehungsweise für ein stabiles und ausgeglichenes Immunsystem. Ebenso beeinflusst regelmäßiges, leichtes Meditieren den Blutdruck positiv. Und achtens nervlich bedingte Hauterkrankungen sowie nervlich beziehungsweise stressbedingte Darmerkrankungen. Neuntens und das ist vielleicht auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für dich, regelmäßig zu meditieren und dem Geist zu tiefen Entspannungen zu verhelfen, erhöht deine Widerstandskraft gegen schwerwiegende Lebensereignisse und schwerwiegende Stresssituationen. Schwerwiegende Lebensereignisse werden dadurch nicht weniger ärgerlich oder traurig oder so, aber es wird dir leichter fallen, dich zu sortieren in solchen Zeiten. Es wird dir leichter fallen, da durchzugehen und und es wird dir auch leichter fallen, solche Sachen im Nachhinein gesund zu verarbeiten, so dass kein Trauma zurückbleibt. Der zehnte und vielleicht auch mit der wichtigste Punkt in meiner Aufzählung ist, dass Meditation dafür sorgt, dass dir das Loslassen leichter fällt. Es heißt, Dinge, die in deinem Leben geschehen, die dich traurig oder wütend oder ängstlich machen, werden sich nicht mehr so lange festbeißen in dir, weil du in der Lage sein wirst, Veränderungen, egal ob sie positiv oder negativ sind, für dich anzunehmen und sie zur Hand haben, statt sie ausblenden oder vor ihnen weglaufen zu müssen. Du siehst also, es gibt mindestens zehn, wahrscheinlich sogar noch viel, viel mehr gute Gründe, um hin und wieder dem Geist und dem Körper mit ein bisschen leichter Meditation die Spannung zu nehmen. Nun ist natürlich die Frage, wie kann ich meditieren? Dass gerade für Anfänger und vor allem für Menschen, die von Burnout betroffen sind, die wirklich gestresst sind, die nicht so viel Zeit haben jeden Tag, die klassische Meditationsform mit Fasten und in sich gehen und dreimal am Tag eine halbe bis Stunde meditieren und allem anderen zu entsagen, dass das nicht die geeignetste Meditationsform ist und dass wenn du dich hinsetzt und dann einfach versuchst mal zu denken, dass das dann eventuell noch mehr Frust schafft und dich vielleicht noch mehr stresst, anstatt dir zu helfen, das ist inzwischen klar. Deswegen komme ich jetzt zu den meiner Erfahrung nach sechs geeignetsten Formen der Meditation, mit denen du auch als Einsteiger schon nach kurzer Zeit Erfolge sehen und spüren kannst und die sich auch ziemlich gut und ziemlich weit ausbauen lassen, je nachdem wie viel Zeit und wie viel Freude und wie viel Geduld du dafür hast. Die erste Form der Meditation, die ich empfehlen möchte in diesem Podcast, ist die Fantasiereise. Dazu muss ich sagen, dass Meditation im westlichen Sinne ziemlich ineinander fließt mit Selbsthypnose, mit Entspannungsübungen jeglicher Art und zum Teil auch mit Übungen aus dem körperlichen Bereich, aber dazu komme ich gleich noch. Der beste Einstieg ist also meiner Meinung nach eine Fantasiereise. Eine Fantasiereise kennst du vielleicht schon, hast du vielleicht schon mal gemacht, läuft so ab, du machst dir ein Audiostück an, also zum Beispiel auf YouTube oder du besorgst dir eine CD. Es gibt unzählige Fantasiereisen und unzählige Medien, über die man diese abrufen kann. Eine Fantasiereise ist etwas ähnliches wie eine geführte Meditation. Du bekommst eine Situation, oder einen Ort in der Natur oder sowas beschrieben und dann erklärt dir die Stimme, der du zuhörst, während du da so liegst und die Augen zu hast oder in deinem Lieblingsdessel sitzt und die Augen zu hast, was du dir vorstellen sollst. Normalerweise tritt da nach wenigen Minuten schon eine enorme Entspannung ein, einfach weil wir auf die Bilder in unserem Kopf konzentriert sind, weil wir sie genießen und weil alles andere für die Zeit der Fantasiereise ein bisschen ausgeblendet wird. Die zweite Form der Meditation, wie wir es in der westlichen Welt praktizieren, ist eine Entspannungstechnik, nämlich die progressive Muskelrelaxation. Du kannst es googeln und du wirst auch hier genau wie bei der Fantasiereise unheimlich viel Material finden. Ich persönlich mag die progressive Muskelrelaxation sehr, denn wenn der Geist sehr, sehr unruhig ist, dann kann das schon manchmal auch dazu führen, dass es selbst bei der Fantasiereise zum Beispiel schwierig wird, abzuschalten und sich darauf zu konzentrieren. Bei der progressiven Muskelrelaxation ist der Vorteil, dass du auch wieder von einer Stimme angeleitet wirst. Auch hier kannst du dir wieder CDs bestellen, du kannst auf YouTube auf die Suche gehen, du kannst auch Kurse besuchen. Einige Krankenkassen übernehmen sogar zur Stressprävention die Kosten für einen Kurs mit progressiver Muskelrelaxation. Auf jeden Fall ist hier der Vorteil, wenn der Geist so unruhig ist, dass er eben einer Stimme und den Bildern von der Fantasiereise auch nicht folgen kann oder nicht dabei bleiben kann, dass du hier bewusst mit dem Körper arbeiten musst, denn die Stimme von der CD oder auf YouTube oder wo auch immer fordert dich nicht dazu auf, Bilder in deinem Kopf zu erschaffen, sondern sie fordert dich auf, bestimmte Muskelgruppen an deinem Körper bewusst anzuspannen, die Anspannung zu halten und wieder zu entspannen. Und das ordnet und beruhigt auch den umtriebigsten Geist. Ich selber schlafe sogar regelmäßig ein vor Tiefen Entspannung, wenn ich die progressive Muskelrelaxation praktiziere. Die dritte Form der Meditation ist die Atemmeditation. Davon hast du schon ein bisschen einen Vorgeschmack bekommen in der Angst Do-It-Yourself Folge von Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Und ja, es ist ähnlich wie bei der Fantasiereise oder bei der progressiven Muskelrelaxation. Du hast eine Stimme von CD, YouTube, wie auch immer. Und die führt dich durch diese Atemmeditation. Diese Stimme sagt dir, während du liegst und die Augen zu hast oder während du in deinem Lieblingsdessel sitzt und die Augen zu hast, wie du atmen sollst. Also, es wird dir ein bisschen geholfen, deine Atmung bewusst zu steuern und zu regulieren. Denn je tiefer wir einatmen, umso entspannter wird unser Körper und auch unser Geist. Die wissen nämlich, dass wir nur dann tief atmen, wenn wir entspannt sind. Wenn wir gestresst sind, wenn wir auf der Flucht sind, vor einem Tiger zum Beispiel, dann atmen wir schnell und flach. Und das gibt eine Rückkopplung zwischen Körper und Geist. Wenn der Körper also flach atmet, weiß der Geist, okay, hier ist total der Stress. Beziehungsweise, wenn du also deine Atmung bewusst steuerst, kannst du deinem Geist suggerieren, dass er jetzt zur Ruhe kommen kann, weil eben kein Tiger hinter dir her ist. Die Atemmeditationsübungen findest du in der Kurzform in der Folge, die ich gerade erwähnt habe von diesem Podcast, nämlich Angst Do-It-Yourself. Du findest allerdings, sofern du dich in meinem Newsletter angemeldet hast, den Link dazu packe ich dir nochmal in den Beschreibungstext dieser Episode. Auch diese drei Entspannungsübungen, eine davon ist definitiv auch eine Atemübung und passend zu der Angstfolge habe ich auch nochmal eine längere geführte Atemmeditation mit mir rausgebracht, die du dir auch kostenlos runterladen kannst mit dem Passwort, das du eben mit dem Newsletter erhältst, der alle zwei Wochen erscheint. Also, wenn du dich noch nicht angemeldet hast, geh jetzt in den Text von dieser Episode und such dir dort den Link, hinterlass einfach deinen Vornamen und deine E-Mail-Adresse und du bekommst das Passwort und kannst dir eben beides runterladen. Die vierte Form der Meditation, die ich für dich mitgebracht habe, die wird dich vielleicht überraschen, denn die wird viel häufiger dem Sport und dem Body Shaping zugeordnet statt der Meditation und zwar ist das Yoga. Yoga ist ein Teil des Ayurveda und Yoga ist tatsächlich eine Form der Meditation. Denn während du Yoga machst, wendest du dich deinem Körper zu und alles, was wir im Yoga grundsätzlich so machen, ist immer ausgerichtet auf die Vereinigung und die Fokussierung von Körper und Geist. Deswegen, falls du Yoga schon mal gemacht hast, besteht Yoga eben nicht nur aus diesen körperlichen Übungen, sondern es gibt auch immer eine vorgegebene Atemweise, der man zu den jeweiligen Übungen folgen soll. Yoga funktioniert deswegen so gut, weil es eben zwei Dinge, über die ich gerade gesprochen habe, kombiniert. Nämlich einmal den Geist einzufangen und zu beruhigen über den vorgegebenen Atemrhythmus und den Körper zu entspannen, indem eben bestimmte Übungen praktiziert werden, wo wieder darauf geachtet werden muss, welche Muskeln du anspannst und so weiter und so fort. Die fünfte Form der Meditation, die ich dir heute vorschlagen möchte, ist etwas für Fortgeschrittene und für Menschen, die gerne ihre Stimme gebrauchen. Es ist die Mantra Meditation. Mantra Meditation kommt dem, was die spirituelle Welt beziehungsweise was die alten indischen Traditionen zum Beispiel unter Meditation verstehen, schon sehr viel näher. Eine Mantra Meditation bedeutet, dass du dich auf ein Mantra konzentrierst. Das können gesungene Laute sein, so wie das eben die Buddhisten häufig machen oder auch die Hinduisten. Mantra Meditation kann aber zum Beispiel auch sein, sich das Mantra der Woche aus der aktuellen Folge von Burnout von der Leichtigkeit des Seins herzunehmen, sich hinzusetzen in eine bequeme Position und sich eben nur auf dieses Mantra zu konzentrieren und es eben rhythmisch immer und immer wieder zu wiederholen. Der Effekt dabei ist einmal, dass sich unser Unterbewusstsein auf das vorgegebene Ziel ausrichtet, wenn du jetzt zum Beispiel das Mantra der Woche aus deiner Lieblingsfolge Burnout von der Leichtigkeit des Seins hernimmst, beziehungsweise ist dieses ständige rhythmische Wiederholen auch wieder etwas, was sich extrem entspannt auf Körper Geist auswirkt. Vielleicht kennst du das von kleinen Kindern, Babys, die schreien, wenn man denen vorsingt oder auch Gedichte vorträgt, beruhigen die sich ganz häufig, weil wir irgendwo tief in uns drin einen Hang zu Rhythmen haben und weil wir sich immer wiederholende Rhythmen, wenn sie nicht zu schnell sind, als entspannend und beruhigend empfinden. Die sechste Form der Meditation wird dich vielleicht auch nochmal ein bisschen überraschen, ist aber auch eine, die von sehr vielen Menschen auch heutzutage noch praktiziert wird und das ohne zu wissen, dass sie eigentlich stark meditieren, wenn sie das tun und zwar das Beten. Nun musst du kein Christ oder Moslem oder Buddhist sein, umzubeten. Es gibt viele Bücher oder auch Gedichte und Texte, die du auch im Internet finden kannst, die einfach Dinge beinhalten, auf die du dich vielleicht ein bisschen mehr ausrichten möchtest oder die du schön findest und auf die du dich gerne konzentrierst. Und sich diese Texte herzunehmen und sie laut vorzulesen oder sie sogar eines Tages auswendig zu können und sie dann quasi laut vor sich hinzubeten hat wieder den gleichen Effekt wie die Mantra Meditation denn wir tendieren dazu Texte die wir mögen und die wir laut vor uns lesen oder vor uns hinsprechen auch wieder in einen bestimmten Sprachrhythmus einzupassen das heißt wir beruhigen uns damit wieder selber und natürlich da es ja in der Regel in Gebeten um Tugenden geht darum geht mehr Mitgefühl zu entwickeln oder das Glück in den kleinen Dingen zu sehen die Dinge mit mehr Hingabe zu verrichten oder 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 ist hier der Effekt auch wieder dass sich unser Unterbewusstsein einfach auf die Dinge ausrichtet die wir eben täglich in unseren Gebeten wiederholen da Meditation allgemein sowohl in ihrer ursprünglichen Form als auch für uns in der westlichen modernen Welt so viel mit Ausrichtung des Geistes und sich sammeln zu tun hat und weil das so gesund und so verbindend für Körper und Geist ist nutze ich heute ein Mantra der Woche welches dir vielleicht schon bekannt vorkommt sofern du diesen Podcast schon ein bisschen länger hörst und welches ich als das wichtigste Mantra meines Lebens betrachte worauf ich meine Aufmerksamkeit richte dessen werde ich mir gewahr hier noch zwei Fun Facts zum Thema Meditation 2010 erschien in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel darüber dass Wissenschaftler Mönche in MRTs gesteckt und deren Hirnaktivitäten beobachtet und untersucht haben während sie meditierten der linke Frontalkortex der bei optimistischen und glücklichen Menschen sehr sehr aktiv ist war bei all diesen Mönchen um ein Vielfaches aktiver als bei durchschnittlichen Menschen man kann also sagen glücklich sein ist erlernen und übbar womit sich die Wissenschaft ebenfalls beschäftigt und aber auch noch nicht fertig ist damit sind Völker auf unserer Erde die im Durchschnitt ein sehr sehr hohes Alter erreichen also wo die Menschen sehr alt werden und auch dort ist man inzwischen schon darauf gekommen dass die meisten dieser Völker etwas gemeinsam haben es sind Völker in deren Lebensalltag Meditation bis heute noch eine große Rolle spielt ich hoffe mit diesem kleinen Ausflug in die Welt der Meditation konnte ich mit eventuellen Vorurteilen aufräumen und vielleicht auch etwas Licht ins Dunkel bringen warum Meditation so wie wir sie aus Filmen kennen und vom Dalai Lama für uns in der westlichen Welt und in unserem Berufs- und Lebensalltag nicht unbedingt funktioniert warum sie aber in abgewandelter Form trotzdem extrem nützlich und gesund ist und definitiv auch auf dem Weg aus deinem Burnout hilfreich sein kann falls du bereits meditierst oder dich dazu entschieden hast eine der von mir heute genannten Methoden auszuprobieren wünsche ich dir ganz viel Freude und maximale Entspannung dabei Wir hören uns wieder in zwei Wochen Bis dahin komm gut durch den Herbst und entspann dich Deine Susi bis zum bis zum bis zum bis zum Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020